Guten Morgen zusammen. In fünf Tagen wird die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten abgewählt und das ist auch verdammt gut so, damit es endlich einen Politikwechsel gibt und damit zum Beispiel endlich der Grundsatz gilt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich finde es ein Unding, dass Frauen und Männer immer noch unterschiedlich viel Geld verdienen, auch wenn sie den gleichen Job machen. Die Jusos haben das von Anfang an zu einem der zentralen Themen unserer Kampagne gemacht. Das machen wir auch in den nächsten Tagen noch. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss gelten, überall und ausnahmslos. Dafür kämpfen wir und vieles weitere mehr und dafür haben wir noch fünf Tage Zeit.